ich muss nur kurz meine herausforderung hatte ich auch gerade haben wir schon gesungen jetzt dass die wehr singt jetzt sing doch hier ist du sie und ich bin ich habe ok 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 Ich weine. Ich bin so emotional, ne? Ending Story. Guck mal, grob wieder grobe. Alles klar. Ich tanze gerade wie die, ne? Selber Move gewesen. Das ist lustig, kannst du dir vorstellen, weil ich weiß wie du das tanzt. Never Ending Story. Weißt du, die Welt geht unter an das Sterben. Ja. Könnte ich sein, ne? Auch wie die anderen da reagieren. Ja, die hören erstmal zu. Ja. Das war's schon. Das war, wie Hopper guckt. Ja. Du hast gerade ein paar Menschen gerettet. Oh. Alles klar. Okay, jetzt wird schnulzig. Stopp. Schnulzig ist aber schnell wieder vorbei. Ach. Das hat die schwarze schnell beendet. Ich hab ihren Namen vergessen. Moin. Äh. Äh. Lukas. Schwester. Jägerin. Bra. Sag ich nicht. Wo ist sie denn? Ne, von der Scheckvase ist jetzt woanders hin. Oh, hier ist grob wieder grobe. Ich muss auf Pause mal nicht hören, sonst ihr Lala bei nicht. Aber das musste ich grad noch hören. Oh, Fluch, wiegen dich der Jägerin? Hm. Und ruin. Oh, Gott. Aber auf grün. Eins hab ich. Warte mal weg. Ach. Ich dachte, ich warte jetzt hier noch 5 Minuten. Ja. Hört was ein. Ja. Ich chill hier mein Basis. Gucken welches es ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das war nun. Ich weiß wie morgen nichts, das wiegen Dietmar. Deswegen macht ihr das. Das wird mit der Zeit schlimm, wenn viele Leute gehangen haben. Und das ist gar kein Ton mehr. Ja, ich bin noch dabei. Ich sag's. Hallo. Das ist es nicht. Ja, da haben wir schon mal 2 Punkte. 2 Punkte. 3 weg schon. Ich hab eins mir geholt. Ich hab' mich nicht heilen. Ey! Ey, ey! Wir kommen. Ho, ja. Alte Männer sind. Ich muss ihn abhocken. Mach doch. Ja, sie hat bestimmt. barbecue oder? Ja, chill mal kurz. und mir konzentrieren ob du jetzt nicht okay ich hole noch weg kommt der keller das blöd nein kommen hier vor dem tote ich sehe es lächelt mich an lächelst oder steckst du zunge raus ich wollte gleich hab's gesehen kann zweck gehen sie kommt ja ich wollte ihr müsst sie mal weg locken verfolgt den anderen den grubi ja ich bin im zeppelin oder was da raus alter direkt abguck ich hab's gehört ich weiß grüner schlüssel wie geil ist das denn ey ich komm hier weg und ihr nicht hobi komm zu mir komm da und wisst ich's mehr ich weiß aber auch keine extra nicht wirklich sei doch froh aber sie hat da dieses lied da lila ja alter was macht er denn er ist das ist das alte ruhig was er macht und ruhig ist auch schon weg deutlicher beweise dich da wenn er mal werden wir schon fertig ne die junge wieder mit die anderen generator verdammt hat sich mal aufgepasst kommt zu euch verfolgt bild scheiße oder auch nicht hol den ja ja oh was sie lässt mich liegen die die holt sie nämlich extra komm hier mein kleiner jetzt holt sie sich extra hast du überhaupt welche von braucht ja sie hat vorhin eine geworfen und mich getroffen oh ich komm nicht in den keller hat sie vielleicht eine insta ne sie hat keine insta extra sie kommt zu euch also ich hing noch nicht einmal ne ich habe mich gerade erst bemerkt ich habe mich gerade erst bemerkt ich habe mich gerade erst bemerkt ja ich habe mich verloren also schwein darf nicht mehr hängen ich war einmal der war auch schon einmal machen ja du brauchst noch zwei mal zur not ich mich halt so ich wüsste ja ich komme ich an den generator gerne generator ich bin dabei man das gleich fertig ich kann ja nicht raus wir haben uns gestritten nein jeden beim ausgangstor ist noch einer ach so wenn du dem hast haben wir uns wir müssen erst jetzt machen so ja weil die klappert sie jetzt hier ab dann macht euren da fertig weil hier ist gerade der ding ist der so strikt vorm gen jetzt wir würden gleich machen ja die klappert jetzt die traierenden nämlich ab da haben wir jetzt ein ganz fettes problem ich komme zu euch scheiße ein dort ich bin dort ein dort wo da haben sie hier zum generator zurück mache ich ich mache sie auch oder mehr kann ich doch nicht tun hier als hier die becken vermehrmäuschen wo ist sie denn sie ist doch am generator hier bin ich ich habe einen kommen max wenn ihr schafft das gut mache ich mit dem anderen den betten mache ich hängen genau hier gleich scheiße ich habe mich nicht ich werde genau hier hin sie durch ob ich vor scherien kommen an den generator hier zurück ich komme kann man ich mache erst den generator oder so ich komme in keller der ist aber noch am auf und ab dauert bist du da fertig ja wenn du weißt von angefangen hat dann ja er macht schon auf das deck noch so bringen gewesen er kämpft sie kämpft sich auch ja ich bin ich da nicht drauf nur noch nötig warte auf mich bitte der not muss sein ja aber erst gerade mal wer her kommt als ob der probe sehr wohl ihren mann aber das schafft er nicht in der zeit der versuchst du auch ihren mann ruhe frieden jetzt ist er über mir ich weiß nicht was er hier noch will aber egal ich denke ich dich alter musst du bist du hinter mir ich habe mich geopfert sinnlos ja weiß ich auch nicht für grobe ihr hättet alle drei entkommen können